Hallo Leute, Apple hat seinen September-Event abgehalten und neue iPhones vorgestellt, das iPhone 13 und 13 Mini sowie 13 Pro und 13 Pro Max. Die neue Apple Watch Series 7 wurde vorgestellt, sowie auch ein neues iPad Mini und ein neues normales iPad. In diesem Video fasse ich für euch kompakt alles zusammen, was ihr über das Apple-Event und die neuen Produkte wissen müsst. Bevor wir aber zu den neuen Geräten kommen, erwähne ich auch noch, dass Apple angekündigt hat, dass iOS, iPadOS und TVOS 15 sowie WatchOS 8 am 20. September erscheinen werden. Das Ganze steht jetzt hier mal auf der US-Apple-Website, auf der deutschen Website steht noch kommt diesen Herbst, aber das wird sich dort wahrscheinlich noch ändern. Fangen wir als erstes mit dem neuen normalen iPad an, das ja Apple auch einfach nur iPad nennt. Dieses hat jetzt den A13 Bionic verbaut, zuvor war es der A12 Bionic und besitzt somit mal wieder eine Leistungssteigerung. Die Frontkamera hier ist durchaus eine Überraschung, es ist die 12 Megapixel Ultra-Weitwinkel-Frontkamera, wie wir sie vom iPad Pro 2021 kennen. Und damit wird jetzt hier auch dieser Folge-Modus oder auf Englisch Center Stage unterstützt, wo die Frontkamera während eines FaceTime-Telefonates einem dann einfach so folgt. Ansonsten unterstützt das neue iPad jetzt auch True Tone und ist in den klassischen Farben Space Grey und Silber erhältlich. Es beginnt jetzt aber nicht mehr bei 32, sondern mit doppelt so viel Speicher bei 64 GB, kostet aber nach wie vor gleich, nämlich ab 379 Euro. Das neue iPad kann schon ab jetzt bestellt werden und wird dann ab 24. September erhältlich sein. Dann kommen wir zum neuen iPad Mini, auf das ich persönlich schon sehr gespannt war und tatsächlich ist es eigentlich so gekommen, wie ich es mir auch gewünscht hatte. Es ist das iPad Air in einer kleineren Form, ganz einfach gesagt. Das heißt, das Design mit den abgeflachten Kanten, wie wir es ja auch vom iPad Pro kennen, insgesamt schmälere Displayränder, kein Homebutton mehr, aber Touch ID gibt es nach wie vor. Es ist wie beim iPad Air auch in dieser oberen Taste verbaut. Das Display ist hier gegenüber dem Vorgänger iPad Mini von 7,9 auf 8,3 Zoll angewachsen. Das iPad Mini gibt es in Space Grey, Rosé, Violett und Polarstern. Also wir sehen, da gibt es auch neue Farben dabei. Und es wird auch der Apple Pencil der zweiten Generation unterstützt. Dieser wird wie gewohnt dann magnetisch an der Seite angebracht und deswegen sind auch die Tasten für die Lautstärkeregelung jetzt hier nach oben hingewandert. Sonst hätte man den Apple Pencil ja nicht an der Seite anbringen können. Für die Performance ist hier der neue A15 Bionic, der Nachfolger vom A14 Bionic, zuständig. Dieser soll mit seiner 6-Kern-CPU und seiner 5-Kern-GPU dann einfach eine Leistungssteigerung in jeder Hinsicht gegenüber dem Vorgängermodell bieten. Außerdem unterstützt das WiFi-plus-Cellular-Modell vom neuen iPad Mini jetzt 5G und allgemein wird auch WiFi 6 unterstützt. Und eine Eigenschaft, die wir auch schon von iPad Air und iPad Pro kennen, gibt es jetzt hier auch, nämlich ein USB-C-Anschluss. Die Hauptkamera ist die, die wir vom iPad Air kennen, also diese 12-Megapixel-Hauptkamera. Dann haben wir jetzt hier auch einen True-Tone-Blitz auf der Rückseite, was es beim Vorgänger iPad Mini nicht gab. Und die Frontkamera ist dieselbe wie beim neuen iPad Pro, also die Ultra-Weitwinkelkamera, womit dann auch dieser Folgemodus unterstützt wird. Und dann gibt es aufgrund dieses neuen Gehäuses bzw. Designs auch das Smartfolio für das iPad Mini. Das iPad Mini beginnt bei 64 GB, es gibt auch eine 256 GB Option. Der Preis beginnt ab 549 Euro. Auch dieses neue iPad kann bereits ab jetzt bestellt werden und ist dann ab 24. September erhältlich. Gut, dann kommen wir als nächstes zur Apple Watch Series 7. Diese gibt es in der Aluminium-Version, jetzt in den Farben Grün, Blau, Product Red, Polarstern und Mitternacht. Also wir sehen, da sind auch neue Farben hinzugekommen. Ansonsten gibt es aber auch wie gewohnt die Edelstahl- und Titan-Versionen in den gewohnten Farben. Abgeflachte Kanten besitzt sie zwar nicht, wie es in den Gerüchten in der letzten Zeit gesagt wurde, aber das Design hat sich doch verändert. Zum einen, und das fällt mir nicht sofort auf, haben jetzt deutlich schmalere Display-Ränder. Das sehen wir hier vor allem im Vergleich zu Series 6 und das gilt dann natürlich auch für SE, Series 5 und Series 4. Und sehen eben, wie deutlich dünner die Display-Ränder jetzt sind. Die Apple Watch selber ist dabei nur minimal größer geworden. Und das größere Display fällt auch immer wieder bei diesen Inhalten auf, wenn man sieht, wie bestimmte Dinge in Watch Choice einfach das größere Display ausnutzen, wie bestimmte Inhalte mehr an die Ränder der Apple Watch gehen. Das sehen wir jetzt auch hier zum Beispiel. Da sollen dann natürlich auch Drittanbieter-Apps angepasst werden und Apple selber hat auch viele seiner Watch-Faces an dieses größere Display angepasst. Eine interessante Design-Anpassung ist aber, dass die Ränder und das Display von der Apple Watch jetzt wesentlich fließender ineinander übergehen. Also die Apple Watch wirkt optisch einfach insgesamt etwas abgerundeter an den Kanten, was wahrscheinlich auch an dem Glas liegt, das hier einen direkteren Übergang zum Gehäuse zu haben scheint. Abgesehen davon kann das Display im Always-On-Zustand, also in diesem inaktiven Zustand, wenn das Handgelenk weggedreht ist, 70% heller werden. Kann also in diesem Zustand wahrscheinlich vor allem draußen besser abgelesen werden. Außerdem gibt Apple an, dass die Series 7 jetzt das bruchsicherste Frontglas unter allen Apple Watch-Modellen haben soll. Also vor allem in der Hinsicht soll es optimiert worden sein und ist ansonsten nach IP6X staubgeschützt, sowie auch nach WR50 wassergeschützt, was einem Wasserschutz von bis zu 50 Meter entspricht. Bei der neuen Apple Watch hat Apple leider offiziell keine bessere Akkulaufzeit angesprochen. Ich hoffe aber immer noch darauf, dass sie vielleicht in der Praxis doch etwas besser geworden ist. Das werden dann die ersten Tests zeigen. Aber immerhin lädt die Apple Watch jetzt bis zu 33% schneller gegenüber der Series 6, was vor allem durch eine verbesserte Ladearchitektur und einem neuen USB-C-Schnellladekabel ermöglicht werden soll. Apple gibt hier eine 0 auf 80% Ladung in 45 Minuten an. Und 8 Minuten laden sollen dann bereits für 8 Stunden Schlaftracking reichen. Für WatchWaves hat Apple angekündigt, dass die automatische Trainingserkennung jetzt auch das Fahrradtraining unterstützen soll. Die Sturzerkennung soll auch das Stürzen von einem Fahrrad erkennen können. Und E-Bikes sollen jetzt auch besser unterstützt werden. Wie es zuletzt erwartet wurde, wird sich die Apple Watch Series 7 etwas verspäten und dann laut Apple später diesen Herbst erhältlich sein. Ansonsten hat Apple übrigens auch angekündigt, dass Apple Fitness Plus in weiteren Ländern verfügbar sein wird. Nämlich Ende 2021 soll es dann unter anderem auch nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz kommen. Gut, dann kommen wir mal zu den neuen iPhones und fangen gleich mal mit dem iPhone 13 und 13 Mini an. Rein optisch haben die sich gegenüber dem Vorgängermodell, also dem iPhone 12, nicht wirklich verändert. An zwei Dingen kann ich erkennen, dass es das iPhone 13 ist. Zum einen ist die Notch jetzt insgesamt 20% kleiner geworden. Ich würde sagen eher insgesamt schmaler geworden. Und zum anderen sind die Kameras auf der Rückseite jetzt diagonal angeordnet. Die iPhones 13 und 13 Mini gibt es in den Farben Product Red, Polarstern, Mitternacht, Blau und Rosé. Natürlich hat sich auch hier mal wieder die Kamera verbessert. Genauer geht Apple dann beim 13 Pro darauf ein, vieles gilt dann aber auch für das iPhone 13. Aber kurz gesagt, die Kamera kann mal wieder mehr Licht einfangen, macht insgesamt bessere Fotos bei schlechteren Lichtverhältnissen. Und alle neuen iPhones, 13 Mini, 13, 13 Pro und 13 Pro Max besitzen jetzt das, was damals nur das 12 Pro Max hatte. Nämlich die optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung. Das ist schon auch ein wichtiger Punkt, finde ich. Aber mehr zur Kamera dann wie gesagt gleich beim 13 Pro. Für die Videoaufnahme gibt es aber jetzt mit dem sogenannten Kino-Modus eine ganz spannende neue Funktion. Man könnte eigentlich fast sagen, es ist der Portrait-Modus mit Tiefeneffekt für Videos. Also je nachdem, wo der Fokus gerade drauf liegt, entsprechend kann der Hintergrund dann so einen schönen Tiefeneffekt bekommen. Das Ganze soll man manuell machen können, aber das Ganze soll auch in gewisser Weise automatisch ablaufen können. Und im Nachhinein wird es dann auch möglich sein, das Ganze noch nachzubearbeiten, den Tiefeneffekt also noch zu konfigurieren. Dann gibt es diese neue Funktion Fotografische Stile, wo ich bereits vor der Aufnahme live sehen kann, wie diese Stile aussehen. Ich kann da wählen zwischen Standard, Leuchten, Kontrastreich, Warm oder Kühl. Und laut Apple soll das nicht das gleiche sein, wie wenn man im Nachhinein Filter drauflegt. Indem das iPhone schon im Vorhinein weiß, in welche Richtung ich das Foto haben möchte, soll das Ergebnis dann eben in diese Richtung gehend besser aussehen. Gegenüber dem iPhone 12 beginnt das iPhone 13 nicht mehr bei 64, sondern bei 128 GB, beginnt also bei doppelt so viel Speicher. Das Display soll eine insgesamt höhere Maximalhelligkeit haben und jetzt bis zu 800 Nits unterstützen und damit 28% heller als das Display vom iPhone 12 werden können. Die Akkulaufzeit wurde, wie es aussieht, ganz klar optimiert. 13 Mini soll gegenüber 12 Mini 1,5 Stunden länger halten und 13 soll gegenüber 12 bis zu 2,5 Stunden länger halten. Auch hier haben wir den neuen A15 Bionic verbaut, den ich ja vorhin beim iPad Mini schon angesprochen hatte. Interessant ist jedoch, dass Apple hier links unten angibt, der einzige Smartphone-Chip, der schneller ist, ist der des iPhone 13 Pro. Und tatsächlich gibt es zum ersten Mal zwischen dem normalen und dem Pro-Modell einen Performance-Unterschied. Für das 13 Pro gibt Apple 5 GPU, also 5 Grafikkerne an. Und für das iPhone 13 vier Kerne. Aber im Alltag wird man da höchstwahrscheinlich keinen relevanten Unterschied bemerken. Allerhöchstens, wenn man solche unter Anführungszeichen Pro-Dinge auf dem iPhone macht. Und zu guter Letzt gibt Apple dann auch noch Optimierungen bezüglich 5G an. Bei den Preisen hat sich soweit nichts verändert. Es gilt hier nach wie vor 13 Mini ab 799 und iPhone 13 ab 899 Euro. Alle neuen iPhones können ab 17. September 14 Uhr vorbestellt werden und sind dann ab 24. September erhältlich. Zum Schluss kommen wir dann natürlich noch zum Pro-Modell. Die iPhones 13 Pro und 13 Pro Max haben sich optisch kaum verändert, haben auch noch dieselben Größen mit 6,1 und 6,7 Zoll. Und während wir die gewohnten Farben Grafit, Gold und Silber haben, wurde Pacific Blau durch eine neue Farbe ersetzt. Ein neues Blau, das Apple Sierra Blau nennt. Ist natürlich wie immer Geschmackssache, aber mir gefällt es soweit eigentlich ganz gut. Ich denke, ich werde das iPhone in dieser Farbe nehmen. Auch hier ist die Notch insgesamt kleiner geworden und gerade beim 13 Pro Max fällt das in Summe denke ich am deutlichsten auf, bei diesem großen Display. Und auch hier fasst Apple die Verbesserungen bei der Kamera nochmal schön zusammen. Aber wie schon gesagt, vieles gilt auch für das iPhone 13. Genau werden wir uns das dann ansehen, wenn ich die beiden Modelle in der Praxis miteinander vergleiche. Aber soweit sehen wir mal, der wurde bei den Blenden was verbessert, bei der Pixelgröße, sowie auch bei der Brennweite des Teleobjektivs. Die Weitwinkelkamera soll hier bis zu 2,2 mal mehr Licht erfassen und dann eben bessere Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen machen, sowie auch Videos. Und die Ultraweitwinkelkamera soll 92% mehr Licht erfassen. Gerade da sollte man dann einen größeren Unterschied merken, wahrscheinlich mit weniger Bildrauschen. Das Teleobjektiv, also die eine zusätzliche Kameralinse gegenüber dem iPhone 13, besitzt eine Brennweite von 77 mm und einen dreifachen optischen Zoom. Gegenüber dem zweifachen optischen Zoom, den wir zuvor hatten, beziehungsweise 2,5-fach war sie beim 12 Pro Max. Wir können also jetzt optisch noch weiter hineinzoomen. Und diesen dreifachen optischen Zoom gibt es sowohl bei 13 Pro als auch bei 13 Pro Max. Makrofotografie soll es dann jetzt auch mit der neuen Ultraweitwinkelkamera geben. Ich kann bis 2 cm Abstand nah an ein Objekt herangehen und bis dahin kann diese neue Ultraweitwinkelkamera auch noch fokussieren, was dann eben Makrofotografie ermöglichen soll. Das gilt dann natürlich nicht nur für Fotos, sondern auch für Videos. Ansonsten gibt Apple auch an, dass der Nachtmodus jetzt mit jeder Kameralinse möglich ist, was ja zuvor nicht möglich war. Und natürlich gibt es auch hier diesen neuen Kino-Modus bei Videos mit dem Tiefeneffekt. Eine Sache, die es dann aber wirklich nur bei den Pro-Modellen gibt und die auch ganz klar eine Pro-Funktion ist, ist die Tatsache, dass ich hier Videos in ProRes aufnehmen kann. Eine Funktion, die aber nicht von Beginn weg möglich sein soll, sondern bald mit einem Software-Update noch nachgereicht werden soll. Allgemein fällt jedenfalls so auf, dass es zwischen 13 Pro Max und 13 Pro keine relevanten Unterschiede bei der Kamera gibt, während es ja damals zwischen 12 Pro Max und 12 Pro doch relevante Unterschiede gab. Und endlich ist es soweit. Die neuen iPhones 13 Pro und 13 Pro Max besitzen ein 120 Hz Pro-Motion-Display. Eine Sache, die sich ja viele schon lange gewünscht haben, eine Sache, die es ja schon bei anderen Smartphones seit einer etwas längeren Zeit gibt, gibt es jetzt hier ähnlich auch beim iPhone. Im Prinzip läuft das hier auch sehr ähnlich ab, wie wir es vom iPad Pro kennen. Bin schon sehr gespannt darauf, wie das dann in der Praxis ist. Auch hier wurde die Akkulaufzeit verbessert. Das iPhone 13 Pro soll jetzt 1,5 Stunden mehr Akkulaufzeit bieten und das 13 Pro Max bis zu 2,5 Stunden mehr. Auch da bin ich natürlich gespannt, wie die Akkulaufzeit dann in der Praxis wirklich sein wird. Das Display der neuen Pro-Modelle wurde auch noch weiter optimiert und kann jetzt im Freien, also unter dem Sonnenlicht wahrscheinlich vor allem, da wo man es wirklich braucht, bis zu 25% heller werden und damit eine Peak-Helligkeit von bis zu 1000 Nits erreichen. Auch hier ist natürlich dieser A15 Bionic verbaut, der eben wie schon gesagt gegenüber dem iPhone 13 beim Pro-Modell nochmal etwas mehr Grafikleistung besitzt. Und beim Pro-Modell haben wir jetzt hier auch eine neue 1TB-Option hinzubekommen. Die Verbesserungen bezüglich 5G, die ich beim iPhone 13 erwähnt hatte, gibt es hier natürlich auch. Und auch hier scheint es bei den Preisen gegenüber den 12 Pro-Modellen keinen Unterschied zu geben, also ab 1149 oder ab 1249 Euro. Und wie schon gesagt gilt auch für die Pro-Modelle, dass man sie ab dem 17. September 14 Uhr vorbestellen kann und ab 24. September sind sie dann erhältlich. Ja, das war dann auch schon so mal das Wichtigste, was ihr über die neuen Geräte wissen müsst. Allzu sehr bin ich nicht ins Detail gegangen, es gibt da im Detail noch einige Unterschiede anzusprechen, aber das möchte ich mir dann natürlich für den Moment aufheben, wenn die Geräte vor mir sind und wie sie uns in der Praxis auch wirklich ansehen können. Ich bin schon sehr gespannt darauf, die ganzen neuen Geräte zu testen und natürlich wird es von mir dann auch wie immer zahlreiche Videos zu den neuen Geräten geben. Damit sind wir dann auch schon am Ende des Videos angekommen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr über das neue Apple-Event und die neuen Geräte denkt. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, dann klickt auf Abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Abonnieren